Du hast die Sniper rausgeholt, alles klar. Du hast gesagt, hey, du hast die Sniper rausgeholt, ich hab's gesehen. Leute, da war ein Colette. Danke. Nein! Hydro! Oh mein Gott, Hydro, du bist so ein Faggot, man! Du hast die Sniper rausgeholt. Junge, was? Warum? Ich hab doch gesagt, geh weg von mir! Sorry, what the fuck? Du bist Jumping like the Mid-Aid-Aid-Kilders. Am Arsch, das war einer, der stammt Millimeter in meinem Gesicht, Alter. wird die Sniper in ihrem Gesicht payment auf Ebene wentzeichnet.